Deutsch lernen mit Bildern und ganzen Sätzen Nr. 85 Heute geht es unter anderem um den Kuckuck, die Restaurierung und den Vereinsmeister. Der Kuckuck Der Kuckuck ist etwa taubengroß. Er lebt überall in Deutschland. Der Kuckuck legt seine Eier einzeln in die Nester kleinerer Singvögel. Er pflegt seine Brut nicht. Wenige Stunden nach der Geburt entfernt der neugeborene Kuckuck die Eier und die Jungvögel seiner Wirtseltern aus dem Nest. Er wächst dann allein im Nest heran. Die Waschmaschinen Wenn die Jugendmannschaft Fußball spielt, sind die Trikots oft sehr schmutzig. Die Eltern wollen sie nicht mehr waschen. Deshalb hat der Verein zwei große Waschmaschinen angeschafft. Die Renovierung Manchmal findet man noch alte Häuser, bei denen sich eine Renovierung lohnt. Es kommt darauf an, welche Ansprüche man stellt. Es kann schwierig werden, wenn weder Wasseranschluss noch Stromanschluss vorhanden sind. Das Schwimmen Im Urlaub hat mein kleiner Bruder schwimmen gelernt. Er kann es schon sehr gut. Trotzdem bleiben wir immer in seiner Nähe. Er darf noch nicht allein ins Schwimmbecken. Die Haare Jeden Morgen nach dem Frühstück bürstet meine Mutter meine Haare. Danach flechtet sie mir Zöpfe. Dann bin ich fertig für den Kindergarten. Die Pilze Im Wald wachsen die unterschiedlichsten Pilze. Du kannst sie fast überall finden. Die goldenen Herbstmonate September und Oktober gelten als Hauptsaison für Pilze. Doch sammeln kann man sie in nahezu jedem Monat des Jahres. Die Restaurierung Es kann sehr aufwendig sein, wenn man ein altes Auto restauriert. Der Zustand steht bei der Suche nach einem klassischen Wagen im Mittelpunkt. Die Restaurierung wird teuer, wenn man kaum noch Originalteile kaufen kann. Der Abriss Diesen Häusern droht der Abriss. Sie sind seit Jahren nicht mehr bewohnbar. An dieser Stelle sollen moderne, neue Häuser gebaut werden. Die Kiesgrube In einem Kiestagebau werden die Baustoffe Kies, Sand und Schotter abgebaut. Er wird auch als Kiesgrube oder Schottergrube bezeichnet. Kies entsteht durch die Verwitterung von Naturstein. Die zunächst kantigen Steine werden mit der Zeit durch Wasser abgeschliffen. Der Maiskolben Maispflanzen wachsen 1,5 bis 2,5 Meter hoch. Es gibt auch Sorten, die nur 60 Zentimeter groß werden. Die Pflanze bildet eine Rispe mit vielen männlichen Blüten. In ein bis zwei Blattachseln am Stängel entwickeln sich die Maiskolben. Die Imprägnierung Alfred hat sein Boot an Land gezogen. Es braucht eine Imprägnierung. Das Holz zieht Wasser. Es muss so geschützt werden, dass keine Feuchtigkeit mehr eindringen kann. Der Pool Die Freunde haben den Pool selbst gebaut. Es hat vier Monate gedauert. Jetzt ist es endlich soweit. Die Einweihung des Pools wird gefeiert. Der Rasensprenger Ein Rasensprenger wird auch Sprinkler oder Regner genannt. Er versorgt ausgewählte Flächen mit ausreichend Wasser. Das Wasser fließt mit Druck durch eine Öffnung und wird automatisch auf die entsprechenden Stellen verteilt. Der Rasensprenger kann mit einer Zeitschaltuhr eingestellt werden. Der Wein Ulrike ist mit dem Fahrrad auf dem Weg zum Markt. Unterwegs erhält sie einen Anruf ihres Mannes. Sie werden abends Gäste haben. Ulrike soll deshalb auch noch Wein besorgen. Der Vortrag Der Vortrag Olaf bereitet seinen Vortrag vor. Er speichert die wichtigsten Punkte auf seinem Tablet. Morgen stellt er das neue Konzept seinen Kollegen vor. Olaf überlegt, ob er noch etwas hinzufügen soll. Der Vereinsmeister Der Vereinsmeister Rainer fehlt zum Sieg nur noch ein Punkt. Sein Gegner ist geschwächt. Wenn Rainer heute gewinnt, dann ist er Vereinsmeister. Rainer ist sehr optimistisch, dass er es schafft. Austern Die Austernzucht Austernzucht ist die kommerzielle Kultivierung von Austern in Aquakultur. Die Austern wachsen im knietiefen Wasser heran. Sie sind bei Flut im Wasser und bei Ebbe im Trockenen. In Deutschland gibt es in List auf Sylt eine Austernproduktion. Der Kinderfilm Die Mädchen sehen einen lustigen Kinderfilm im Fernsehen. Kinder freuen sich bei schlechtem Wetter über fröhliche und abwechslungsreiche Unterhaltung. Trickfilme und Animationsfilme fesseln die Aufmerksamkeit von Kindern. Der Vollbart Wenn du einen Vollbart trägst, dann solltest du ihn in regelmäßigen Abständen in Form bringen. Durch ungleichen Bartwuchs der Barthaare kann er schnell ungepflegt aussehen. Steffen liebt sein Bart so, wie er ist. Die Autopanne Das Auto ist plötzlich stehen geblieben. Gundula konnte es nicht mehr starten. Sie öffnet die Motorhaube und schaut auf den Motor. Dann meldet sie die Autopanne dem Automobilclub. Der Quinoa Der Quinoa-Samen Zwischen den drei Quinoa-Sorten gibt es kleine geschmackliche Unterschiede. Die Varianten in Rot und Schwarz haben im Vergleich zu der weißen Quinoa einen intensiveren, nussartigeren Geschmack. Die schwarze Quinoa bietet einen etwas knusprigeren Biss. Tomaten und Petersilie Kaum eine Pflanze eignet sich besser als Mischkultur mit der Tomate. Die gemeinsame Kultur mit Petersilie bringt den Vorteil mit sich, dass für Zubereitung köstlicher Salate stets die passenden Zutaten schnell zur Hand sind. Die Nährstoffe des Bodens werden bei der Mischkultur von Petersilie und Tomate optimal genutzt. Die Ballonfahrt In den Monaten Juni bis September finden die meisten Ballonfahrten statt. Die Sommerfahrten starten in den frühen Morgenstunden sowie am Abend. Durch die im Sommer vorherrschenden Temperaturen sind Abendfahrten oft sehr heiß. Jetzt kommen einige Wiederholungen aus den vorherigen Folgen. Das Jahresende Martina räumt zum Jahresende ihr Büro auf. Sie legt alles an seinen Platz. Der Schreibtisch ist aufgeräumt. Martina freut sich auf 2022. Es ist alles bereit für das neue Jahr. Die Weihnachtsgeschenke Marie steht im Wohnzimmer vor dem Weihnachtsbaum. Sie wartet auf ihre Weihnachtsgeschenke. Der Weihnachtsmann klopft an die Tür. Er kommt mit den Geschenken. Die Hände Marion wäscht ihre Hände unter dem Wasserkran. Sie nimmt die gelbe Flüssigseife und gibt davon etwas auf ihre Hände. Marion wäscht ihre Hände immer wenigstens 30 Sekunden. Danach trocknet sie die Hände mit einem Handtuch. Der Urlaub Martina und Michael verbringen ihren Urlaub am Meer. Sie sind schon 14 Tage in Spanien. Es ist sehr warm und das Wetter ist schön. Die beiden gehen am Strand spazieren. Der Urlaub gefällt ihnen sehr gut. Gleich gehen sie ins Wasser. Der Baggerfahrer Der Baggerfahrer Fritz hat schon viele Berufe ausgeübt. Vor fünf Jahren hat er seinen Traumberuf gefunden. Er ist jetzt Baggerfahrer. Seine Firma hat mehrere Bagger. Er darf immer den größten Bagger fahren. Die Brücke Die Brücke verbindet das Festland mit einer kleinen Insel im Fluss. Täglich benutzen Dutzende von Menschen die Brücke. Die Brücke wurde vor 20 Jahren gebaut. Sie ist 200 Meter lang. Früher gab es nur eine Fähre, mit der man auf die Insel gelangen konnte. Die Schuhe Ursula hat viele Schuhe. Nach einiger Zeit sind die Schuhe schmutzig. Ursula steckt sie in die Waschmaschine. Danach trocknet sie die Schuhe auf der Fensterbank. Der Hürdenlauf Der Hürdenlauf Svenja fängt früh an mit dem Sport. Sie mag den Hürdenlauf. Beim Hürdenlauf können die Abstände zwischen den Hürden und die Höhe der Hürden nicht selbst gewählt werden. Egal, wie lang die Strecke ist, es müssen immer zehn Hindernisse überwunden werden. Svenja will später auch eine Meisterschaft gewinnen. Die Pillen Achim fühlt sich nicht wohl. Er geht zum Arzt. Der Arzt untersucht ihn und gibt ihm ein paar Pillen. Achim soll die Pillen eine Woche lang nehmen. Dann soll er zu einer weiteren Untersuchung wiederkommen. Das Fußballspiel Die Männer schauen ein Fußballspiel im Fernsehen. Sie sind mit allem ausgerüstet. Chips, Popcorn und Bier. Es darf nichts fehlen. Sie feuern ihren Verein an und freuen sich über das Spiel. Das Geschenk Susanne hat ein Geschenk für ihre Freundin Andrea gekauft. Andrea mag alles, was mit Schottland und mit Tieren zu tun hat. Susanne glaubt, das Richtige für Andrea gefunden zu haben. Wenn dir dieses Video gefällt, dann gib uns bitte ein Like. Wenn du diesen Kanal abonnierst, dann trägst du dazu bei, dass wir weitere Videos für dich veröffentlichen können. Bis zum nächsten mal. Untertitelung des ZDF, 2020